Hallo Leute. Willkommen heute zurück. Wir werden nur über die Vergräser zwischen dem K40 und dem Zag des Wartelhauses von Montport passen, über Dinge, die uns nicht erfahren haben. Wir geben nur ein paar Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen weiter für Sie darüber nachdenken. Es ist in Ordnung, einen Laser zu bekommen, wie einige von euch wissen. Wenn ihr uns schon seit längerer Zeit folgt, haben wir mit einem D-Laser angefangen. Nicht sehr leistungsstark, nicht sehr schnell. Es ist toll damit zu lernen, wenn er mit oder ohne irgendeine Art von Laser ausgestattete Software. Also haben wir zu diesem Zeitpunkt waren gekauft und das haben wir gelernt. Und das hat uns gefahren. Also hat er einige der Dinge beim Flüst, die sie später sagen werden. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt ein paar Dioden. Wir begannen mit Montport zu arbeiten und bekamen unser erstes T2. Also ist der K40 so etwas wie T2 Einstiegsmodell. Sie werden von einer Reihe verschiedener Firmen hergestellt. Sie sind mehr oder weniger allergleich. Ich finde es bei allen Modellen auf dem Laufenden. Da wir es bereits getan haben. Einste Form besteht dahin, von Anfang an Lightburn-Compatible Platinen einzubauen. Nachdem wir unsere Platinen erhalten hatten. Bei Wunsch geht es also nichts darum, was in dieser Situation passieren wird. Sondern um einen festen Bad, Laser der großsten Tasten. Sie werden feststellen, dass wir das Bad hier ausgenommen haben. Und hier verschiedene Dinge dahin haben. Zur Hilfe und der zänkigsten Dinge. Das ist einer. Das ist einer der großen und steht dazwischen den beiden Lasern. Dieser Laser hat ein verstellbares Bad. Also geht hoch und runter. Also ist eine Wabe. Es gibt also eine tolle Luftzirkulation. K40 hat keine Blockierung. Eine andere Sache mit der K40 ist eigentlich eine schöne Sache. Sie ist der Hass auf der Bank. Also ist sie dafür gemacht, auf einen Tisch gestalten zu stellen. Auf eine Bank zu stellen. Unsere Situation in die. Sie passt ein Wagen. Mir gefällt die Art und Weise. Wie er aufgebaut ist. Wir können ihn dorthin holen, wo wir ihn brauchen. Wenn wir ihn nicht benutzen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass dies eine unserer großen Teile dieses Lases ist. Weil er über die Kniehöhe der Stange heisst. So dass ich einen Stuhl hier draußen haben muss. Um den Hang zu arbeiten. Sonst bin ich gebückt. Wenn ich Teile hier einstecke. Wenn man sich gebückt oder auf einem Stuhl sieht. Das ist also etwas umständlich. Was kurz ist. Und das ist wirklich der Hauptnachteil dieser Maschine. Schon wir wollen es nun etwas anderes sagen. Das wir und diese Laser mal aufrüsten müssen. Und das ist der Laser. Der Kopf dieses Spaziermodells. War nächstes mit einer Lüftunterstützung gestartet. Wir haben zuerst einen HID gedrückt. Und er funktioniert gut. Bis es einige Aushistungsprobleme gab. Grunde der Laseschmutz. Es dauerte sehr lange. Bis ich ihn wieder ausgehistet hatte. Sobald es diese Aushistungsprobleme hatten. Hat einfach nicht so gut geklappt. Der neue Laskopf hat dieses Problem vorständig behoben. Also weiß ich nichts über die neuen Modelle des K40. Aber bei den alten Modellen muss man grundsätzlich sich auf Luftunterstützung umhüssen. Man muss das Bad aufhüssen. Man muss das aufhüssen. Laser und die Spiegel. Und das macht das von einer Einstiegsmaschine zu einer viel teurer Maschine. Das andere von den K40 ist, dass sie, wie ich schon sagte, nicht speziell für die Verwendung von Leiter geeignet sind. Aber was wir gemerkt haben. In den jeweiligen Zeitsliste haben wir das Motherboard getauscht. Und das haben wir jetzt einmal gemerkt. Weil wir sie alle testen wollten. Wir haben mit dem eingebauten Motherboard begonnen und sind auf die erste Region des Leitbombords von Montmartt umgestiegen. Das war nicht sehr gut. Sehr schwer zu verkaufen. Die Sturmversorgung. Genießt Durst. Das war einfach kein guter Lager. Oder kein gutes Motherboard. Das hat sich gefühlt was nicht. Amanda ist in der Biel. Auf der Karte hat schon die Borde umgestiegen. Es ist großartig. Aber ich denke, es ist so etwa 200 US-Dollar. Das ist also nur ein weiterer großer Spon um einen Lager, wie diesen hinzufügen. Aber das Borde hat großartig funktioniert. Dann kann man Borde mit der zweiten Version her. Und die funktioniert tatsächlich auch wirklich gut. Also ist das meine Meinung. Also nachdem, was gerade im Moment dahin ist, hat funktioniert gut. Und es hat nur 100 Dollar gekostet. Eine weitere Sache, die wir hier aufgehüstert haben, als wir die verschiedene Platinen gebaut haben, ist, dass wir ein Mineralperimeter hinzugefügt haben. Auf der zweiten ist es eine konsistente Möglichkeit zu sehen, wo die Leistung tatsächlich ist. Und das ist tatsächlich der Fall, als wir hier ausfanden, dass die erste Platine nicht die gleiche Leistung abgibt. Und das ist nicht genau, warum wir sie die Sturmversorgung einfach nicht auf die richtige Art und weiter haben. Aber sie hat es einfach dies. Und am Ende haben wir erkennt, dass dies ein weiterer Betrag von 10 Dollar ist. Verkabelungsaufwand und das sind die großen Dinge, die wir an dieser Maschine verbessert haben. Um sie wirklich so benutzbar zu machen, wie sie wir antworten. Jetzt wird ein weiterer Vergleich zwischen den beiden Lassen die beiden Gäste sein. Die beiden Gäste, dass K40 sagen, wir agenprositiv. Also wenn das zum ersten Mal herkommt, ist das realistischer ein agenprositiv. Und da ist ein bisschen ein Auspuffstück dahin, dass die Luft herausstarkt. Und wenn man genau hier in Schacht kommt, dass sie sehen, wo der Lassenpang tat. Das ist der Grund dieses Teil geht, weil das Bad in Ein. Der Team ist die Lassenpang von den vielen Menschen, der Lassenpang hatte. Die sind die Lassenpang, der Lassenpang von Luiz und Daniel, die Menschen, die ganzen Körper sind. Der Monatpang hat einen wirklichen Schacht. Und das ist die Lassenpang, der Lassenpang, der Lassenpang, die Lassenpang sind die Lassenpang. Die alte Spiele sind die Lassenpang in der Lassenpang. Und das haben auch einen so aufgelassenpang. Dieser Laser ist ein 16 plus 420 Grad, das so enorm größer ist, dass wir nichts tun mussten, um es zu starten. Das funktioniert völlig. Es hat also dieser durchgehende Teil, so dass man tatsächlich ein viel größeres Teil hier stecken kann und zusammen den Laser verwenden kann. Sehr cool, wir haben das noch nicht verwendet, aber es ist großartig, dass wir vorher am besten gepankt haben. Also das Teil 4 war so groß dafür, und wir mussten die alten Diodenasa hier ausnehmen. Nur damit sie funktionieren. Jetzt habe ich über das K40 Motherboard gesprochen, und wie es funktioniert, wirfen wir einen Blick auf das Satz. Wie ich Angst, das ist meine Meinung nach ein Rudel dieser Sprecher von diesem hessigen DSP-Controller. Das tolle der Hang ist, dass Sie den Computer nicht mehr ständig angeschossen haben müssen, sondern dass tatsächlich etwas ist. Wenn der Speicher eingebaut ist, Sie können ein USB-Laufwerk verwenden und das Programm hier ablegen und schon ist es fertig. Danach immerher mit dem Gedanken im Hinterkopf. Mein Denkprozess geht dahin, dass es in Ordnung ist. Nun, weil ich eine Menge das gleiche Stück verkaufe. Das ist eine Menge das Computer gespeichert haben muss, dass die Daten aus dem Computer gespeichert haben müssen. Man muss sich das nicht auf dem Computer hochladen. Es soll das sein, weil die Daten aus und klicken auf die Geer-Zuppe für die Stabverarbeitung ist. Das geht einfach nicht. Das geht überhaupt nicht. Man muss sich die Daten aus dem Computer angeschossen haben. Du musst sie immer gehen während des gesamten Prozesses, bis es auf den Computer geleitet wird. Das wird einfach länger dauern. Wenn sie also an den Ort kommen und gehen, wenn sie die Daten aus dem Computer angeschossen haben. Die Daten aus dem Computer angeschossen haben. Die Daten aus dem Computer angeschossen sind. Die Daten aus dem Computer angeschossen haben. Am Ehrgell, die Daten aus dem Computer angeschossen haben. Das nimmt die Daten aus dem Computer angeschossen. Verkauf隻 in den Standort mit einer Erktausten-Zen und Angelegenheit an. Aber eine Angelegenheit an die Daten aus dem Computer angeschossen haben. von geliefert werden. Software damit dienen ist, zum Leitbehandler gehen müssen. Das ist seine persönliche Verliebe, die sagt sich was, wurde mit HD geliefert. Wir haben das etwas getestet. Was nicht unser Ding ist, wir werden immer noch Leitbehandler verwenden. Wenn der Kaffee ist für die Miet, Kaffee ist geliefert, weißbar, wenn sie jetzt eine Version kaufen. Das ist nicht so, als würde sie einfach Leitbehandler kaufen, mit der Arbeit beginnen. Außerdem, wir haben das HISTIC-Board, also habe ich die Preise noch einmal geprüft. Erst dieses Vorhandel, und daher werden diese Verheerung dann als Wagen der Feiertagelisten. Also gibt es deshalb Leitbehandler aus Verkäufer für diese Maschine. Ich glaube mit Leitbehandler, weil ich habe noch nicht einmal eines oben finden. Das kostet im Moment 480 Dollar mit Leitbehandler. Aber jetzt haben die neu, glaube ich, auch eine eingebauten Luftunterstützung auch eine eingebauten Luftunterstützung, oder können diese haben. Sie können eine hohe Anlasspunkte haben, aber sie werden keine Zeiteinstellung bekommen. Aber es werden andere Dinge eingebaut sein, die diese Maschine nicht hat. Und es ist glaube, dass sie ein Maunpaar eingebaut hat. Die ist überprüft, aber irgendwo zwischen 480 Dollar und 710 Dollar, 800 Dollar lagen. Also ein sehr großer Bereich. Ich weiß nicht, was das alles mit diesem Bild. Ich habe gesagt, dass wir danach auch Upgrades durchgeführt haben, die sie je nach ihren Wünschen um weitere 150 US Dollar steigen werden. Sie sehen also einen Preis von etwa 400 bis 800 bis 800 US Dollar für einen K-40. Also ein ein richtiges Niveau für einen zu zwei Jahre. Aber wir sehen uns zuvor, wenn man eine Wünschen gibt, ein weiteres Unstieg ist, was wir wieder um das zu tun, ist und Zeitung zu von uns. Hörer Seinemann oder Errichtung ist, was wir schon sehen? Was wir sehen? Das war die Wünschen. Das war die Wünschen? Das war die Wünschen. Das war die Wünschen. und passen müssen. Und wenn Sie sich damit nicht zu haben schlagen wollen, holen Sie das kleine K40, wenn Sie damit einverstanden sind, die Handzpastung und Yin zu bauen. Yin zu aktualisieren, Yin anzupassen. Der K40 ist ein toller Ausgangspunkt. Aber denken Sie auch darüber nach, woran Sie die Arbeit messen. Da es sich um 8 plus 12 handelt, wer das nie gehört sei aus dieser Stunde. Sagt sich wahr, 16 plus 24 ist dieser 6. Autofokus und hat eine materielle Zeitanstellung, bei uns ist das Autofokus. Sie können also einfach darauf drücken und passen an das Teil an. Das heißt, was den Preis ein wenig sehr erhöht, ist. Im Gegensatz zu Wunden haben K40, das ist jetzt alles im Lief und Baum enthalten. Die Luftunterstützung ist eingebaut. Wir behaupten, wir behaupten also keinen Kompressor. Wir mussten keine Schlächer andere Latterkörper versorgen, um das Autofokus zu winken. Das Einzige, was keiner dieser Modelle mitbindt, was einige der andere Modelle haben, ist ein Wasserkühler. Das ist, diese haben keine eingebauten Wasserkühlung. Die, das gehört, ist großartig. Ich kann es den wärmsten empfehlen. Ich glaube, im Moment lecker es genau. Bei der Dairond 20.000 Dollar Marke, das ist normalerweise im Angebot. Ich glaube, es kostet 2.700 Euro. Aber Sie können bei uns immer auf verschiedene Reise Einhaben von mindestens 10% halten. Wenn Sie 10 Kair verändern und wir merken, diese Maschine sehr abgesehen von dem einzigen großen Problem, dass wir damit haben. Und dieses so kurz ist, was einige Leute haben das in Videos gesehen und uns darauf geschrieben. Dass es sehr kurz ist, das gefällt mir nicht wirklich wahrscheinlich eine Art Plattform oder so, um es auf einem Arbeitshör zu heben. Wo es zu uns gefällt, ist glaube ich, einige der anderen Maschinen, die haben beinahe Grundsitz, die sie um etwa 25 cm anheben, was großartig wäre. Aber dieses Modell tut das nur nicht. Und wenn das ist, das Modell mit der Anwendung der Preisklasse. Das ist aber auch wie das Kapi ist befindet. Also hätten wir hier wirklich sehen, wir haben beide Einstiegende Niveau zu zwei. Also, das ist nicht all das gesagt. Wir haben beide absolut genossen. Erst meiner, sogar die kleinen Dioden, die wir hatten, die haben wir genossen. Wenn das passen und herumspielen. Wenn wir lernen, legt der Ferdinand seinen Schüttelhaus oder bei dem Chor. Wir haben andere Dioden gekauft. Wir haben andere upgrades gekauft. Wenn wir, also kaufen wir lernen. Wir lernen wir, von vorne anfangen. Es weiß, was ist es weiß, wenn all die Frustrationen, das haben, das ist zwischen den und dem Kfelsitzig-Wasselhaus oder dem Kfelsitzig-Wasselhaus oder mehr umsteigen. Was ist die Gnade-Gerziger-Serg-Had? Hatte, geben Sie, wünschen Sie einen eigenen Code für 10% und erwarten, was es denn gibt, über die wir nächste gesprochen haben, fragen Sie, das vielleicht wissen Sie, lassen Sie es uns wissen, ja, werfen Sie die Fragen in den Kommentaren, wir werden da Hawaii gehen, in dem Sie entweder direkt dort antworten oder vielleicht in einem anderen Video über die Frage sind Sie nicht, also liken Sie und abonnieren, wenn Sie wieder sehen, wenn Sie beim nächsten Mal, danke